Diese hier zum Kauf angebotene 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Glienicke in ORDBA-Hahn. Das Objekt wurde 1998 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 94 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 299.500 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei einer Wohnfläche von ca. 94 Quadratmetern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.